Hallo, mein Name ist Max Birle vom KRONE Telematiksteam. Wir sind heute zu Besuch bei der Firma Hütter in Oeringen. Die Firma Hütter setzt unser Telematiksystem äußerst vielfältig ein und das nicht nur auf Trailern. Hallo Herr Hütter, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen. Wo kommen Sie her und was macht Sie so besonders? Hallo Generation, sind seit 1960 am Markt tätig und führen seit circa 15 Jahren temperaturgeführte Transporte im nationalen Verkehr durch. Unsere Unternehmen sind seit über zehn Jahren Partner im Bereich Telematik. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie diese Partnerschaft begann? Vor circa 15 Jahren haben wir uns auf den Markt umgeguckt und sind auf das Produkt KRONE gekommen, haben uns mit dem Thema da tiefer beschäftigen müssen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir KRONE Aufleger und auch die entsprechende Telematik mit verbauen werden. Und heute haben wir in all unseren KRONE Kühlauflegern die Telematik verbaut und haben auch weitere Einsatzbereiche in unserem Betrieb gefunden. Vielen Dank Herr Hütter und welche weiteren Einsatzbereiche das sind, bespreche ich dann mit Dirk Hütter. Hallo Dirk, KRONE ist Spezialist für Trailer-Telematik und temperaturgeführte Dokumentation. Wir stehen hier in der Halle bei euch. Was bedeutet das? Gute Frage Max. Wir haben die KRONE Telematik in unserer Halle verbaut, um die Temperaturüberwachung zu dokumentieren und aufzuzeichnen. Zusätzlich können wir über unser KRONE Portal das Alarmmanagement generieren und die Aufzeichnung relativ einfach verwalten. Des Weiteren haben wir das in unserer Zugmaschine verbaut, um ein redundantes Geokoordinatesystem zu haben und zusätzlich eben diese Übersicht im KRONE Portal zu haben. Und warum hat sich die Firma Hütter für Telematik von KRONE entschieden? Wie bereits erwähnt haben wir eine vielfältige Einsatzmöglichkeiten, egal ob in der Zugmaschine, im Trailer oder in der Lagerhalle. Des Weiteren haben wir eine Einfachheit in der Bedienung für das KRONE Portal, was unsere Mitarbeiter und Kolleginnen das Leben einfach erleichtert. Zusätzlich haben wir das Alarmmanagement, das uns erlaubt, Prozesse optimal zu automatisieren. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und wenn ihr jetzt Ideen habt, wie ihr KRONE Telematik bei euch einsetzen könnt, dann kontaktiert uns einfach.